ja hallo ich bin in meinem garten wenn das wetter schön ist und gestern war das wetter schön also habe ich gedacht ich mache mal ein schönes lagerfeuer an wie es aussieht oder ob es was geworden ist das siehst du im video ich wünsche dir auf alle fälle viel spaß und ja schau dich noch ein bisschen um auf meinem kanal hier gibt es viel zu sehen vielen dank bis dann tschüss so nachdem wir halt den saloon so schön gestrichen haben haben wir uns das verdient bei so einem vollmond so ein feuer zu haben oder nicht also ich bin begeistert und richtig happy ja ja ich bin happy ich bin einfach nur happy das zu erleben tja mädels und jungs was soll ich sagen diese ganze feuertonne hat sich ein bisschen vom platz bewegt so jetzt muss ich erstmal hier schadensbegrenzung machen aber es ist warm es ist toll es ist schön leute wie ist das denn schön ich liebe es ich geil oder bei mir im garten naja das soll jetzt nicht so sein aber herrlich oder vollmond heute ich bin auch schon gut hier muss ich auch passen ich bin auch schon aufpassen Also die Hunde sind jetzt so drin, na, die fühlen sich wohl, der Ofen ist an, aber ich bei Vollmond muss ich raus. So, wenn ich dafür eine große Rolle, dann kann ich das, dass ich die Idee, dass ich das, was ich, 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 was ich. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.